Zum neuen Video, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da, vergesst nicht die Glocke aktivieren, dann erfahrt ihr immer neue Benachrichtigungen und schreibt mal in die Kommentare, was für Videos soll ich noch machen und jetzt starten wir Reaction, Tore die Legenden, oder nein, wir machen Tore die ganze Welt schockierte und let's go. Hallo Freunde, die sportliche Leistung, die einige Menschen vollbringen, versetzte uns schon seit jeher immer wieder aufs Neue entstaunen, gerade die wenigsteste Sportart der Welt, lässt Momente hinstehen, von denen man nie geglaubt hätte, dass sie so passiert sind, doch glücklicherweise... Boah, das ist krass, da musst du schon sagen, das ist das krasseste Video. Roberto Carlos, Real Madrid, Tenerife, ma porca... Roberto Carlos, Roberto... Zitidim, Zitan, Real Madrid, Leverkusen, boom! Oh mein Gott, was wie ein Bomberschuss! 29 Akku, ja, kann man gönnen! 80 Akku, ja, kann man insgesamt gönnen! 28 Akku, ja, kann man das skate schon so lên und verlieren. 20 Akku, ja, kann man zählen? 40 Akku, du bist keine größte Lose, freusten aus und reden! 20 Akku, T Ether luckily jetzt behe樂, OOH NO! 220 Akku, 30 Akku! 20 Akku, 10 Akku, 20 Akku, 20 matchs, –ội bet rappelle im Stephanie- 40 Akku, 30 Akku, 21 Akku, 20 Akku, 21 Akku, 21 Akku, 20 Akku, 21 Akku, 20 Ibrahimovic von 40 Metern Salto Und jetzt BOOM Das muss ich sagen, das ist das krasseste Tor aller Schockierten Oh, das Schuss kenne ich, ich glaube Boah, Roberto Carlinhos, Roberto Carlos Carlos, der ist einfach der besten Spieler von Brasilien gewesen Er hat alle rein gechippt Fuck Robin BUUUUUUUUUU Was für ein Rotor Was für ein Rotor Leute, wenn ihr das Video gefällt hat, gebt das Video da oben hoch Vergesst nicht, ein Like da und ein Abo da Und vergesst nicht die Glacke hier wäre Wenn ihr möchtet, noch mehr diesen Video sehen Dann schreibt mal in die Kommentare auf YouTube Und dann mache ich nochmal so eine Reaktion Oder mal bei echte Fußball-Challenge machen Draußen mit Kollegen, Fußball-Challenge und auch noch was Das ist ein Rotor. Und die 100% vegetal. Und dieohah, mit der eine Reaktion Und die nächste Tag ist fach Wir haben ein Ausland, wie viele Betecher L-L-L-L-E-O-N-E-L So krass ist es auch nicht gerade gewesen. David Beckham! Lick, Luck, Schlick, Lack, Boom! David Beckham! Alter, wie der reingepiffen hat! So Leute, wenn ihr das Video euch gefallen, gebt ihr dann noch Tore, die ganze Welt schockierte, heißt das Video. Hoffen hat euch das Video gefallen, Leute. Gebt dann ein Like da. Wenn ihr es nicht machen, dann komme ich zu euch. Gebt dann eine Backpfeife. Und ja. Wollt ihr noch? Ich möchte noch etwas fragen. Also, abonniert den Kanal. Ich muss nicht. Ich muss nicht abonnieren. Ist mir egal. Und ja, das war's. Liken, Abonne vergessen, Glock aktivieren, schreibt in die Kommentare, was für noch Reaction. Und ciao.